Willkommen zurück zu meinem Let's Play Resident Evil 2 Remake. Ich bin's mit Euroboom36 und wir machen nun hier spannend weiter. Okay, wir sind wieder komplett vollgeheilt. Wer weiß, wie lange das so bleiben wird. So, wir könnten jetzt mal noch ins Büro da unten gehen. Ach nee, da kommen wir ja gar nicht hoch, da brauchen wir den Schlüssel. Okay, stimmt. Dann gehen wir wieder da hoch. Da. Jaja. Oh, noch mehr fürs Zulimulationen. Oh, gut. Ernsthaft, jetzt? Yes! Dass ich dich mal finde, wird auch Zeit. Wo komme ich denn da hin? Äh. Nein, warte. Ich möchte Holzbretter haben. Ich möchte Holzbretter. Ich gehe jetzt erstmal zurück, ja? Hört mich das so, das Gefühl, dass da unten, dass da, ne, etwas Besonderes drin ist. Ich brauche nochmal ein Holzbrett. Ach du. So, wir gehen jetzt erstmal ins Büro, würde ich behaupten. Und irgendwo hier soll nochmal eine Treppe sein. Genau, hier. Schlüssel. Ein ausgefallener Schlüssel. benutzen. Ja. Da bist du hier. Komm her. Siehst du das? Ja. Wusstest du, sie schaffst's. Du kennst sie? Ja. Sie heißt Claire. Ich kam mit ihr in die Stadt. Du gelangst zu dem Hof da. Die Stufen hoch. Ostseite. In Ordnung. Danke, Lieutenant. Okay. Okay. Ähm. Reintrisch gesehen haben wir noch sehr viele Bereiche, die wir mit dem Schlüssel noch nicht aufgemacht haben. Genau, wie z.B. hier. Na toll! Kein scheiß Ernst! Und da brauchen wir einen anderen Pick-Schlüsseln. Ein Pick-förmiger Schlüssel. Wird es mir jetzt auf angezeigt, wo ich ihn überall benutzen kann? Nein, wird man nicht. Okay. 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 Warum steht der wieder? Hm, die Typen, die immer wieder aufstehen, die Nerven. So, das meinte ich halt, warum wird das nicht angezeigt? Ah... Oh... 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 ... ... Was ist das? Was zur Hölle? Meine Güte! Kampfmesser! Doch herhalten, nimm das! Rotes Buch, okay. Untersuchen. Ein Plastiktitel in Form eines Buches sieht aus, als wäre es mal von einer Hand gehalten worden. Okay. Kampfmesser! Oh, okay. Schießpulver wieder. Hä, was ist denn da? Keine Ahnung. Karte des Polizeistats und obere Stockwerke. Okay. Okay. Damit das Pferd. Fische, Krebs und Wasser. Fische, Krebs und Wasser. Ja. Ähm, ja. Ähm, diese Zombies. Ja. Es wollen. Ja. Es wollen. Ja. 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 Okay, um... Okay, um... Okay, um... Oh, Leon! Ah, toll! Oh, was soll ich denn hier machen? Na super, wo bin ich jetzt schon wieder? Ich kenne mich schon gar nicht mehr aus. Lagerraum West. Okay, Lagerraum. Holzbretter! Und schon wieder Schießpulver. Okidokli! Ich weiß. Und schon wieder Schießpulver. Und schon wieder Schießpulver. Na toll. Und schon wieder Schießpulver. Und schon wieder Schießpulver. Und schon wieder Schießpulver. Und schon wieder Schießpulver. Kampfmesser? Nein? Nein? Anonyme Notizen. Dieser Konzernwichser hat mir den Geldhahn abgedreht. Und das nach allem, was ich für sie getan habe. Aber wenn es unbedingt sein muss, werde ich mir noch etwas Spaß gönnen, wenn die Welt dem Bach runter geht. Ich werde die Dreckschweine mit einem C4 repräsentierenden Stahlpferd gesperrt. Ich muss ihn nur noch zünden. Dann war's das mit denen. Aber wenn es zu schnell geht, macht es keinen Spaß. Vielleicht werde ich mit denen einen durchgedrehten Spinner ein kleines Spielchen veranstalten. Ja, vielleicht gebe ich ihm ein kleines Spielzeug und sage ihnen, töte deinen Nachbarn, dann verschone ich den Rest, was er dann wohl macht. Ähm, du schreist was von Gerechtigkeit und Stolz, aber wie oft hast du dich bitte mir, deinem Vorgesetzten, schon widersetzt? Ja, du warst so ein guter Bulle. So gut, dass du sterben musstest. Man bringt das Spaß. Fehlt nur noch Musik. Gürteltasche. Yeah! Äh, Trophäe erhalten. Quadratschädel. Gürteltasche. Ein kleiner Beutel, mit dem man zusätzliche Gegenstände tragen kann. Oh Gott. Gott sei Dank. Muss jetzt aber nicht da drauf schießen, oder? Nein. Das war nicht die Lösung. Hm. Hm. Oh. 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 Okay, was sich hier verbirgt, seht ihr im nächsten Video. Also bis dahin, ciao, ciao!